Das Schleswig-Holstein-Magazin. Unser Land, unser Programm. Zum Wetter. Der Wind hat manchen heute auch Spaß gemacht. Rasante Moves und Manöver gab es hier heute am Burger Südstrand zu sehen, bei den German Freestyle Classics im Rahmen des Surf Festivals auf Fehmarn. Vier Tage lang waren hier Stars und Fans der Surf- und SUP-Szene vor Ort. Und an Land präsentierten die Aussteller alles das, was es Neues gibt. Und wer mochte, konnte das neueste Material gleich mal austesten. Nach fünf Jahren Pause ist das Surf-Festival zurück auf Fehmarn. Und das liegt zum einen wohl an dem tollen Areal hier, zum anderen aber auch daran, dass sich die Sonneninsel heute mit besten Bedingungen präsentierte. Aber damit ist jetzt vorerst erst mal Schluss. Aber am Donnerstag wird es dann richtig schön sonnig und es wird auch wieder wärmer. Die Chance also vielleicht für alle Hobby-Surfer auch mal wieder aufs Wasser zu gehen.